Willkommen zum Let's Play Video Part 1 auf der Wiese. Wir spielen heute hier Go Vacation. So, wir nennen uns Player. Haben wir ein letztes Video nicht erwähnt, weil da haben wir Fight in Force auf der PS1 gespielt. So, dann wollen wir auch heute mal Go Vacation spielen. Ja, dann gehe ich einfach mal rauf. Ist ja ganz logisch. So, da kann es auch heute stattfinden. Ja, welche, die das nicht haben und das angucken, könnt ihr ja mal sehen. So, zwei Spiele raus. So, er ist der Blaue und ich bin mit den Orangen, den roten, roten Haaren. Äh, ich meine, ich habe keine roten Haare. Er sieht gerade so geil aus. Und ich habe auch keine Orangen. Haha, okay. Und wir machen jetzt öfter Videos. Es gibt immer Bödengelände, Schnee-Resort, Berg-Resort und Seeresort. Aber wir machen heute nur mal die Stadt. Wir machen Tag. Nein. Nacht ist blöd. Behindert, behindert. Daumen. Ja, dieses ist relativ relativ groß. Big. 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 Du hast doch wenig Zeit. Ja, klar. Aber wir haben sechs von sieben und es hat schon. Ne, auch gerade so gesehen. Ah ja, ich habe das Spiel zu Hause auch und ich habe das Spiel schon durch. Aber das wollen wir euch dann nicht zeigen. Nein! Die fallen auch noch runter. Ich zeige euch einfach mal jetzt, dass es was geiles ist. Und zwar eine Rakete. Ich bin ja auf der auf dem rechten Bild, habe ich auch erwähnt. Aber die ist noch nicht kapiert worden. Es gibt da Spackos, die nicht tapiert worden. Also der sich jetzt nicht tapiert hat, liegt schon gut. Aber wenn ihr ein Video schaut, dann könnt ihr auch richtig zuhören. Äh, zuhören. Ja, ich feiere den Ding hoch. Das ist voll... Nein! Das ist voll unnobisch. Wenn ja, jetzt. Okay. Und? Und was ist das? Dann könnt ihr gleich mal, wenn ihr es wollt, auf dem linken Bild schauen. Müsst ihr auch nicht. Ihr könnt auch auf dem rechten Bild schauen. Aber wenn ihr mal was cooles sehen wollt oder so... Ach so, ich muss nichts cooles sehen was. Ja, manchmal jetzt so auf der Rakete. Wenn ihr es mal sehen wollt, einfach mal aufbauen. Einmal mal aufbauen. Einmal rausgelassen. Hau. Hat ihr den Minya gesehen? Hier, guck. Ich fahr hier hoch. Hier, guck. Ich fahr hier hoch. Hier. Wie machst du das? Der Minya? Ja. Ja. So, ihr könnt jetzt hier mal alle schauen. Ich fahr jetzt mal eine Rampe. Du kannst hier stehen bleiben. Den kann man stehen. So, jetzt guck auf den rechten Bildschirm und... Zack. Das war der Minya. Ja. Da musst du gleichzeitig drücken. Einmal C. Ja. Dann bei dem Steuerkreuz nach unten. Und wer war das glaube ich nicht. Das musst du mal machen. Ich weiß nicht noch alles. Ja, das war der. Du musst einfach C und dann rollen. Ich check das nicht mehr. Hier. Du musst den sagen. Ja, aber ich hab mich jetzt auch nach unten gedrückt. Du musst steuern. So, dann kommen wir hier mal zur Skatecourt-Wahn. Da könnt ihr mal hier gucken. Weil da zumindest... Du musst besser mit den Rampe. Ah ja. Jetzt hab ich aufgehoben. Ja? Mit Minya? Mit Minya stehen. Ja. So, jetzt guck der, wie der richtig funktioniert. Da. Das war... Oh, das zweite Mal soll nicht werden. So. So, jetzt versuchen wir es nochmal mit der Rakete. Vielleicht ist er jetzt auf... Vielleicht funktioniert er jetzt ganz cool. So, ich muss den wegführen. Du kannst lieber den wegführen. Dann gehen nur auf Z und Steuerkreuz nach unten. Was? Darüber kann man mehr machen, weil die nicht so aufwendig sind. Aber ich find das voll komisch und unwirsch. Ist ja nur ein Spiel, aber... Ich sag jetzt mal, wäre es denn echt so. Warum musst du bitten, in der Stadt, wo Häuser neben sind, so eine enge Rakete zu stellen? Ach, du wolltest mir den Fatz noch zeigen. Ach ja, also das sind jetzt zum Beispiel Schicksal. Wenn ihr so einen zuseht, dann schreibt es in die Kommentare und dann gucken wir da mal nach. Okay? Ja. Jetzt fehlt uns nur noch einer. Und einfach auch mal in allen Videos bei Go. Okay? Einfach in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr das Spiel selber habt und ihr habt das durch, dann einfach... Ja, dann kann ich uns zeigen. Ich hab das Spiel durch. Ja. Aber ich will ihm ja helfen oder so. Ich will den Fett. So. Daumen. Das ist gut. Hier. Ja. Jetzt hab ich's. Ja. Jetzt hab ich's geschafft. Hier am Opus gefahren. Seht ihr mich? Ja. Ja. Kannst du Klauschen sprechen? Ja. Ich kann nicht so. So. Jetzt fahr ich runter. Juhu. Oh. Sorry. Ich hab hier was aufgerückt. I'm sorry. So. Jetzt wollen wir euch mal ein Spiel zeigen. Ist ja auch nur wenn ihr einfach so zuschaut wie wir hier das Gegnügen haben. Das Gameplay zu fahren. Deswegen, ich such jetzt hier ein geiles Spiel. Ich bin jetzt auch vielleicht da. Ja. Wir wollen euch heute Rennfahren zeigen. Ja. Okay. Also. Wir machen mehrere davon. Wir machen. Einmal dank Formel 1. Und. Also. Es gibt Formel 1. In den Straßen. Rallyewagen. Es gibt Motorrad. Parkour. Und Zahlenjagd. Zahlenjagd. Zahlenjagd wollen wir nicht machen. Weil das ist schwer und blöd. Aber. Ja. Boah. Ich bin noch gar nicht. Ah fuck. Es ist echt. Es geht drauf. Echt. Ich weiss mal wo es ist. Das ist schlecht. Ja. Ich komme mit einem von der Straße rechts. Was ist da mit dem... Nein, das ist alles. Vielleicht werden irgendwann böse Wörter vorkommen. Also wenn ihr Kleinen zugucken, dann erzählst du nicht weiter. Ne, weil Fatsche zum Beispiel nicht erzählen soll. So, ich hab dich voll verarscht, weil ich wollte hier alles machen. Wenn dann eine Rennflagge ist, dann ist das ein Straßenrennen. Was brauchen wir dafür, dass ich hier? Nunchak muss man abmachen. Echt? Ja. Also Straßenrennen, wir machen. Ovalrennen, da fährt man mit... Ja, wo darf man sagen? Da fährt man mit... Ja, von der Eisbahn, wie ist das? Ich hab eine Runde. Ja. Wie mein Problem ist das gleich. Kann ich? Ja. So, auf zwei fährt man. Muss man wirklich so halten? Auf A macht man mit Nitro. Das gibt es hier. Oh, lol. Ja? Die Nummer 5 von 0,3,20. Ja. Hier? Ja, auf zwei. Ja, auf zwei. Und auf A ist Nitro. Das sieht jetzt gerade. Oh, lol. Fuck. Voll ganz, dann kann ich einfach nicht spielen. Ja. Vielleicht mal nein. Das hast du schon jetzt gemacht. Ja. Schon weg? Ah. Auf 1 brennt man, glaube ich. Alles war glaube ich so. Ich bin jetzt auf 2. Platz und auf 7. Und 1. Du bist dann wirklich cool. Gut. Du bist dann. Das ist ja leucht. Wir müssen uns hier gewöhnen, wir entscheiden können, ok? Ich hab's ihm mal gezeigt. Ja. Ich hab immer mit ihm gespielt, um ihm das zu zeigen. Also immer wieder. Ich hab's immer mitgebracht. Ich hab's nie vergessen. Das war nie so. Also immer wieder. Nein. Ich hab's nicht Williams. Ja! Ja. Ich hab's mal. Ich bin erst da. Juhu. Also das ist ne geili fülle Einstrecke. Einfach in Oval fahren. Ist ja... Ah, fuck, ich hab nicht aufgepotzt. Habt ihr gesehen wie so ein Ding hab fliegen? Ja und wir haben hier noch 3 oder 2 Runden gefunden. Ich verliere wirklich die Bauern. Ich lass ihn ruhig an der Ecke noch verlieren. Mir ist es egal. Ne, das ist doch egal. Ne, das ist doch egal. Ne, das ist doch egal. Und so hast du es ja eh mal. Nein, ich sagst du das nicht. Ich spielte heute eine andere Konsole. Entschuldigung. Plötzlich ist es 2. Also halt hier die 1. Ich hab die 2. Ey, die 2 gehört mein Luger. Aber ich... Peter mit mir alles zu sagen. Also ich find die cool. Ich find das geht... Ey, ich sag einfach mal. GTA und Call of Duty. Das erste... Ne, das erste weiß ich nicht. Ja. Ja. Toll. Ich bin 6 Sekunden hinter dir. Ja. Komm mal. Komm mal eins. So, wir haben es geschafft. Das wollen wir jetzt nicht sehen. So tanzt ihr auch immer. Ich bin der Link. Ja, du springst da auf dem Podest. Cool, neuer Rekord. Jo, das ist so schön. Ich gewinn beide. Hallo. Du gewinnst. Du gewinnst. Ah ja, das ist cool. So, dann machen wir hier mal drauf. Dann wollten wir morgen Motorrad reinmachen. Motorrad Slalom machen. Wir zeigen euch mal. Nummer 1. Dann muss man durch die Dinger fahren. Machen wir danach noch mehr? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Zeitung reicht. Weil wir filmen mit einem Tablet. Wir wollen es bald noch zu dem kaufen. Und wie viel hat es schon? 11 Minuten. 11 Minuten. Wir können 24. Oh. Und dann muss man jetzt immer noch die Zahler laufen. Oh ja, ja, ja. Das ist unsere Kacke. Ach so. Na gut. Das ist ja dann. Ich mag es nicht. Das ist dann nicht mehr. Ich habe das ja auch noch geschafft. Nein. Die Dinger sind verkackt. Ich bin super. Alter. Ja. Und? Ich habe da eben keine Kontrolle. Ich bin ausgerüben. Sind das auch die Motorräder, die man da rennen fährt? Ja. Das sind sie alle. Oh, ich fahre rückwärts. Cool. Ich glaube, ich habe gewonnen. Ja, er hat gewonnen. Wollen wir mal gucken. Oh Mann. Du bist lieb. Ich glaube, die haben uns noch gar nicht gehört. Oh Gott. Und dann machen wir noch ein anderes Video. Das ist egal. Oh. Machen wir jetzt mal Straßenrennen. Straßenrennen. Dann können wir euch das mal zeigen. Dann haben wir euch alle Wagen gezeigt. Ja. Der hat auf. Oh, hat nur ich das geschafft. Das ist ja so. Na egal. Nein. Nein. Okay, wenn der Bisschen kommt, dann geht's auf. Nein. Ich möchte auch machen. Das ist doch. So, cool, jetzt fahren wir diese Wagen, die sind so krass, das gibt so einen ganz kleinen und exotischen Fan aus den Lamborghini. Ich hab mal mit so einem großen, der war glaube ich so 13 Jahre alt, ich bin 10, mit dem den hab ich am Autoraden gespielt. So, denn, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, Königsegg, dann hab ich ihm das gesagt, was sagt er, ich kenn das nicht. Er tut 12 Jahre und kennt den Königsegg. Du bist mit 13. Ja, du bist mit 13. Okay, in den Straßenremini ist schlecht. Nein, egal. Nein, ich weiß nicht, aber es ist schlecht mit ihm. Schreibt dann bitte in die Kommentare. Das fängt ja noch an, du hast schon gedacht. Oh, ich bin heute Platz. Oh, weißt du was, ich bin Fünfter, grad geworden. Oh, komm mal Vierter. Oh, grad bin ich Achter geworden. Oh nein, ich bin Dritter. Oh, jetzt bin ich gleich im Fünfter. Nein, das soll rausgehen. Ach, ich zeig das schon tausendmal. Und du fragst mich jetzt, ey, du klingst so cool. Ich bleibst dich selbst. Ich bleibst dich heutzutage. Das ist ja dein Spruch, ne? Ja. Ja, ich bin verpackt hier. Ich würde sagen, ich muss so. Ich bin genau ein Platz Flüchtling. Der Motor tut dir so hässlich, ne? Ich bin 2 Flüchtling. Jetzt bin ich gleich Dritter. Ich bin Erster. Alter, meinst du für mich? Schau, sonst hätte ich gerne einen Fass. Oh nein, dein ganzes Teil ist besser. Oh, du bist der? Oh nein, dein ehrliches Teil ist besser. Oh nein, dein ehrliches Teil ist besser. Oh nein, ich bin der erste. Ich bin der erste. Ich bin der erste. Ja, ich bin der zweite. Das erste Mal der zweite. Was ist der erste Mal? Wir haben eben vor dem Punkt eins gespielt. Zeig ich mir auch. Ja, ich bin vier Minuten näher als du. Ey, wie viele Sekunden meine ich? Nicht ganz, drei Sekunden. Da kommt man noch was. Drei Stunden, das wollte ich sehen. Ich bin schon wieder auf dem Podest. Und für Dino springe ich. Das ist noch... Ende. Und wenn du jetzt mal zum Jahrmarkt... Nö, wenn wir jetzt irgendwo fahren. Nein, ich gehe jetzt zum Jahrmarkt. Und da geht's Maschinen. Ich mein krass. Ach, hast du gerade gesagt? Finde ich doch. Ja. Ich brauche mich. Du hast auch so eine Mufika. Na, das sehen Sie dich noch. Wir haben nicht viel Zeit, noch vier Minuten. Vier Minuten nur noch. Oh, dann müssen wir uns vielleicht von verabschieden, glaube ich. Ja. Wir können ja auch ein bisschen fahren, ein bisschen rumfahren. Bisschen in die Gegend zeigen. Naja. Haben wir jetzt mal schon ein Problem gemacht. So, das Haus mag ich hier. Ich mag das hier was gerne. So, jetzt möchte ich euch was zeigen. Das ist ja total Hammer. So, wer jetzt das Spiel gerade neu hat. Wo ist hier ein Schatz? Wo das... Da ist. So, wer jetzt hier... Das Spiel neu hat. Hier ist ein Schatz auf dem Haus. Ich komme gerade zu dir. Na, weg, ja. Tiiiihihi. Jetzt nicht mehr. Schack. Schack, ne? Schack, ne? Schacki. 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 Juuu. Der ist so entdumm in unserer Klasse. Und der Vater davon, der nennt ihn, der heißt Tiag. Und der nennt, der Vater davon, der nennt ihn immer Tschacki. Nein, der heißt nicht Tiag. Das haben wir jetzt nur so gemacht, weil... Mit der wenigen Stipp... Echten Namen sagen. Das ist ja irgendwie dumm. Das darf man dann gerne machen. Aber der Vater, der singt voll geil. Ja. Der kann bei Superstar auftreten. Nein. Dafür der erste Platz. Der macht immer so... Über den Wolken. Ja, das macht ihr auch auch schon. Ich finde, ich gehe jetzt ins Wasser rein. Und ich glaube, wir müssten jetzt langsam mal uns verabschieden. Oder... Tschüss. Und... Dann sagen wir Tschüss, ne? Tschüss. Tschüss. Bis bald! Kann man hier nicht winken? Ja, das kann man, warte. Ehrlich, ich werde hier runter. So, jetzt... Ehrlich, ich bleib jetzt hier stehen. So. Guckt euch das an. Jetzt der Rothaar hier. Einmal das hier. Juhu. Man kann... Einmal... Ich möchte dich sehen. Ne, man kann noch... Das hier. Yeah. Ja. Oma kann auch das hier. Oh, ne? Geht da doch noch nicht. Tschüss. Gut. Dann... Dann tschüss. Ich dreh mich nochmal um. Und... Bis zum nächsten Mal bei... Tschüss. Let's play, ne? Ja gut. Und tschüss. Wir wünschen euch einen... Schönen Tag.